Weiß geht auch, ne? Vielleicht irgendeine Spezialfarben? Ich muss sagen, der ist schon, der hat eine so aggressive Form, ich finde allein hier unten mit diesen Quervorstrebungen, Luftanlassen, unten in der Schürze drin, diesen geilen LED-Scheinwerfern, der Wagen hat einfach eine brachial geile Optik, da kann man einfach, brauchen wir nicht drüber diskutieren, der R6R ist das schönste Kombi, den es gibt, meiner Meinung nach, ganz klar. Ähm, ja, aus Holz. Gut, Holz, ich glaube, für einen bestimmten Skeptiker wird die das irgendwie herstellen.